hallo und ganz herzlich willkommen bei einem weiteren video zu leitstellenspiel.de heute dreht sich alles um die schulen und da habe ich ein super feature für euch vorbereitet was mir im forum vorgeschlagen wurde und ich fand das so gut dass ich es direkt umgesetzt habe und zwar ist es so wenn ihr jetzt eine schule aufruft könnt ihr ganz normal euren lehrgang auswählen zusätzlich wird jetzt bei den feuerwachen direkt angezeigt wie viel angestellte sie haben das heißt meine vorherwache 1 da weiß ich jetzt aha die hat direkt zehn angestellte und wenn ich jetzt ein lehrgang auswähle wie zum beispiel in meinen gewiss technik lehrgang messtechnik lehrgang dann wird direkt angezeigt wie viele personen an dieser wache ausgebildet sind in der entsprechenden in dem entsprechenden lehrgang also beim gewiss technik sehe ich jetzt ja meiner vorherwache 1 da sind das sieben personen und in meiner vorherwoche 2 sind es drei personen das ganze für jeden für jeden lehrgang also ihr könnt dann wirklich durchgehende höhenrettung ist noch nirgendwo vertreten der elw lehrgang der ist bisher nur an der wache 2 vielleicht sollte ich da war an der wache 1 noch was ausbilden ihr habt also da super gut die möglichkeit schnell zu sehen einfach indem ihr durch klickt und dann euch die entsprechenden wachen anguckt wie viele leute ihr ausgebildet habt und könnt dann ja so leichter weiter leute ausbilden und habt so einen leichteren überblick wenn es euch gefällt würde ich mich super doll über den daumen nach oben freuen ich wünsche euch einen super tollen tag und wird sagen wir hören uns die tage wieder bis dann danke ciao